Herzlich willkommen zu unserem ersten Video mit Grundlagen der Dirigentischen Schlagtechnik. Beim Dirigieren ist es zunächst einmal wichtig, dass man eine richtige Position hat, dass man einen guten Stand hat, so wie man sich eben das auch wünscht, dass eine Person, die einer Gruppe gegenübersteht, einem eben nun mal gegenübersteht. Gerade stehen, nicht verkrampft, aber wohl wissend, dass man nun eine Gruppe anleiten muss. Wichtig ist, dass man nachher für die Dirigierbewegungen eine Ebene hat, eine Art Arbeitsebene, ähnlich wie ein Koch in seiner Küche. Er hat eine Ebene, die so angenehm ist, dass die Arme auf dieser Ebene sich nachher hervorragend bewegen können, ohne dass es zu Verkrampfungen kommt. Das kann man mal üben, indem man mit der flachen Hand einfach mal so über eine gedachte Ebene vor dem Bauch streicht. Diese Ebene sollte idealerweise da sein, wo der Unterarm sich waagerecht bewegen kann. Das ist im Grunde auch die Ebene, wo wir im Nachhinein auch die Schläge darauf ausüben werden. Das Nächste ist nun die Haltung des Armes. Zunächst einmal ist es natürlich möglich, auch einen Taktstock zu benutzen. Bei der Anschaffung eines Taktstockes gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Vieles bleibt natürlich dem persönlichen Geschmack überlassen. Die Frage, wie der Griff aussehen soll, dick oder rund, das ist eine Geschmackssache. Was vielleicht ganz gut wäre, wäre, dass man die Länge des Taktstockes ungefähr so lange nimmt, wie der ausgestreckte Unterarm, einschließlich Hand. Und außerdem sollte er nicht zu schwer sein. Man nimmt ihn dann in die Hand, ungefähr so wie man den verlängernden Zeigefinger nimmt. Man legt es hier in die Hand hinein und greift dann zu. Auch das ist eine Geschmackssache. Man kann es mehr mit dem Daumen übergreifen. Den Stapel nimmt es mehr so oder mehr in Richtung des verlängerten Zeigefingers. Das kann sich auch im Verlauf des Dirigats ändern. Da kommen wir dann bei späteren Videos noch darauf zurück. Ich gehe jetzt einfach weiter, indem ich einfach mit den Händen weiter dirigiere. Und da ist es auch sehr, sehr wichtig, dass die Hände eine schöne Position einnehmen und eine letztlich dann Position, wie sie auch dem musikalischen Ausdruck nachher entsprechend folgt, beziehungsweise diesen anzeigt. Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir in der Taktebene, der Schlagebene, die wir gerade ja schon ausgetestet haben, dass wir da die Hände in eine Position bringen, idealerweise leicht schräg oder auch nach oben. Man kann auch so dirigieren, aber das ist vielleicht etwas zu sehr nach unten drücken und sieht auf Dauer auch nicht so schön aus. Es ist meistens sehr angenehm zu sehen, wenn die Hände unterschiedlich sind. Der rechte Arm könnte der Schlagarm sein. Bei Linkshändern kann es genauso andersherum sein. Vielleicht Daumen und Zeigefinger geschlossen. Die linke Hand einfach so, als würde sie dazu einladen, jemanden mitzunehmen. Das kann auch unterschiedlich natürlich sein. Man sollte allerdings darauf achten, dass die Hand nicht so aussieht oder verkrampft in irgendeiner Weise. Sie ist klar und deutlich fest im positiven Sinne, aber nicht verkrampft fest. Nun beginnen wir einmal mit dem vielleicht einfachsten Schlag, nämlich dem Einser-Schlag. Ganze Takte Einsen. Wir schlagen Einsen. Und beim Dirigieren gilt grundsätzlich, alles was von oben nach unten geht, ist eine Eins. Alles was von oben nach unten kommt, ist eine Eins. Damit werden wir uns später noch einmal beschäftigen müssen, denn viele Bewegungen können missverständlich als eine Eins verstanden werden, wenn man irgendwas dieser Art vor einem Chor oder vor einem Orchester macht. Jetzt schlagen wir mal lauter Einsen und tun dies vor allem aus dem Unterarm. Die Oberarme sind leicht gelöst vom Oberkörper, sodass hier ein bisschen Luft unter den Achseln entsteht. Nicht zu viel, aber auch niemals so, sondern so, dass da eine Beatmung des Ganzen empfunden werden kann. Ein Atmen, Atemraum. Jetzt gehen wir in die Ausgangsposition und lassen einmal lauter Einsen springen. Eins, 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 eins. Und dabei ist es wichtig, dass es ein möglichst organischer Ablauf ist. Wenn man die Hände einfach nur auf- und abbewegt, genügt das nicht. Das muss etwas sein, was für den Betrachter ganz logisch erscheint. Und da können wir uns vielleicht vorstellen, dass ein Ball auf einer Ebene springt. Er hat das höchste Tempo unten auf unserer Schlagenebene und oben ist so ein Totpunkt, da ist es ruhiger. Das würde ich mal ausprobieren, indem man sich vielleicht vorstellt, man schlägt mit einem Schläge auf eine Pauke. Wir schlagen immer auf der gedachten Ebene auf. Der Unterarm federt zurück. Er kann fast bis in Richtung Gesicht zurückfedern. Die Hände sollten allerdings ungefähr schulterbreit gefühlt werden. Idealerweise kann man dies mit einem Metronom üben, indem man ein Metronom einstellt, beispielsweise auf 72, und man dann prüft, ob der Schlag auf der Schlagebene immer genau zum rechten Zeitpunkt kommt. Wir machen dies jetzt in einer ungefähr mittleren Lautstärke. Würde man das Ganze lauter machen, würde sich die Bewegung erweitern. Die Schlagebene bleibt ziemlich gleich, nur der Oberarm geht ein bisschen mehr mit. Und wenn es leiser wird, nimmt man die Bewegung etwas zu sich heran und sie wird kleiner. Und Stopp. Um zu überprüfen, ob die Hände in der richtigen Position sind und die Unterarme kann, und einmal die Unterarme vor dem Bauch zusammenklappen, dann sieht man, dass die Ellenbogen leicht vor dem Körper sein müssen. Und das ist die ideale Position, um die Schläge auszuführen. Das ist der Einser-Schlag gewesen. Nun gehen wir in den Zweier-Schlag. Wir hatten gesagt, alles, was von oben kommt und nach unten führt, ist die Eins. So ist es auch beim Zweier-Schlag. Wir kommen von oben nach unten, lassen allerdings hier den Schlag nach außen ausschwingen und ziehen ihn mit seiner Schleife zurück. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Es ist am Anfang gut, die Übungen synchron mit beiden Armen zu schlagen, auch wenn dies später sich sicherlich auch noch ändern wird und die linke Hand oder zumindest die andere Hand als die Schlaghand dann noch andere Funktionen bekommt. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins. Wichtig ist, dass das Handgelenk nicht weich ist. Das Handgelenk ist an und für sich beim Dirigieren sehr fest. Es gibt später dann Möglichkeiten, mit einem weicheren Handgelenk gewisse Dinge zu zeigen, musikalisch. Und es gibt aber hinaus auch noch die Möglichkeit, Unterteilungen mit dem Handgelenk zu zeigen. Dies aber dann zu einem der späteren Videos. Wir waren jetzt beim Zweier-Schlag und jetzt gehen wir weiter zum Dreier-Schlag. Wir schlagen ungefähr schulterbreit, vielleicht ein bisschen schmaler, weil jetzt kommt wieder die Eins von oben nach unten, nach außen die Zwei und die Drei nach oben, weil dann ja wieder die Eins von oben nach unten kommt. Um das Ganze etwas organisch und rund zu gestalten, sieht es in Zeitlupe so aus. Eins, eine kleine Schlaufe, nach außen, eine Schlaufe oben herum und wieder nach oben. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das Handgelenk ist ziemlich fest. Es ist Abstand von Ellenbogen zum Körper. Und die Drei, also der Herschlag vor der Eins, geht immer etwas deutlich nach oben, um im Ensemble zu sagen, und hier kommt die nächste Eins. Eins, zwei, drei. 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 Eins. Nun kommt zum Schluss noch der Vierer-Schlag, der vielleicht häufigste Schlag beim Dirigieren. Hier müssen wir wieder darauf achten, dass wir ungefähr schulterbreit schlagen, weil wir hier auch in die Mitte hinein müssen. Das ist dann der Unterschied zum Dreier-Schlag. Wir fangen wieder oben an. Eins, zwei, drei, vier. Die Bewegungen werden mit runden Bögen miteinander verbunden. Es entsteht eine Art liegende Acht. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins. Eins, zwei, drei, vier, eins. Das sind zunächst einmal die wesentlichen oder unsere ersten neun vier Schlagfiguren. Und das Dirigieren muss man genauso üben, so wie man ein Musikinstrument auch üben muss. Es hat etwas mit Konditionierung zu tun. Das heißt, die Bewegungen müssen so selbstverständlich ablaufen, dass man sich nachher voll und ganz auf die Musik konzentrieren kann. Mit der anderen Hand auch mal eine Seite umblättern kann oder Einsätze geben kann. Das heißt, der Schlag muss völlig selbstverständlich laufen. Daher ist es ganz wichtig, dass diese Übungen regelmäßig geübt werden. Und ich empfehle immer, dies mit einem Metronom zu tun, sodass man sich selbst nicht betrübt. Denn auch wenn die verschiedenen Schlagfiguren unterschiedlich groß sind und in unterschiedlicher Dynamik geübt werden, so muss doch das Tempo stets korrekt geführt werden. Sehr gut eignet sich natürlich ein Spiegel, um die Bewegungen zu kontrollieren. Sieht es gut aus? Sieht es nicht verkrampft aus? Wie ist die Gesichtshaltung? Wie ist die Handhaltung? Der ganze Körper? Das ist sehr wichtig. Natürlich, vielleicht sogar noch besser, könnte auch die Aufzeichnung mit einem Videogerät sein, sodass man dies dann nachher kontrollieren kann. Soweit für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Freude beim Üben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.